Ich bin Marek Jenöfi, ich melde mich hier nochmal vom Landesparteitag der Freien Demokraten in Duisburg. Bei mir ist Felix Schulz, Mitarbeiter von Bernd Reuter aus der Bundestagsfraktion in Berlin. Felix, wie gefällt es dir in Berlin? Hallo Marek, mir gefällt es in Berlin sehr, sehr gut. Ich bin seit etwas mehr als einem Jahr da, seit November 2017. Und die Kollegen sind nett, die Kollegen sind spannend. Und ich habe viele Freunde gefunden inzwischen und ich fühle mich quasi wie zu Hause. Und wie ist die Arbeit in der Fraktion? Die Arbeit in der Fraktion ist abwechslungsreich. Ich habe spannende Einblicke in den Verkehrsausschuss und den EU-Ausschuss. Und vor allem das Thema Klimaschutz, was eben heute auch angesprochen wurde, beschäftigt uns. Und man kann viele spannende Sachen eben umsetzen. Das war ein kurzer Eindruck von Felix Schulz. Vielen Dank, Felix. Bis zum nächsten Mal.